Was machst du heute? Ich wollte auf den Dom gehen, aber der ist geschlossen heute. Jetzt gehe ich ganz so lange ins Stadion und spiele ein bisschen. Wo lebst du? In Nürnberg. Immer noch. Immer noch? Immer noch. Hängen geblieben. In so einer Stadt kann man nur hängen bleiben. Ja, genau. Aber du freust dich auf deine alte Heimat hier? Ich komme immer gern zurück. Ich glaube, Hamburg ist auch eine tolle Stadt. Ich bin ja schon seit Freitag hier, habe mich mal umgeschaut. Hamburg wird immer schöner. Und schön trocken geblieben gestern Abend, dass du auch kicken kannst heute, ne? Ja, das ist was anderes. Das kriegen wir aber später noch hin.